Der Technik-Check heute ist der Start des dritten Bandes. Also beim dritten Band, das ist die Unterrichtswoche 69, die ihr abgebildet seht. Und da steht bei der Übung A, da stehen die zwei Icons. Das linke ist das Metronom und das rechte, das grüne, da seht ihr eine Lippe und das Instrument drauf. Da macht ihr ein Bussing und dann setzt ihr das Instrument drauf auf die vibrierende Lippe. Ich mache das jetzt mit dem Mundstück. Ihr könnt das bitte nachmachen, das heißt nehmt ein F1, Bussing. Und das Instrument draufsetzen. Und was es mir geht, ist um das Gefühl. Das heißt, hochz in euch rein, ist das das gleiche Gefühl, das ihr habt, wenn ihr am Instrument spielt. Das heißt, wenn du dein Instrument nimmst, ansetzt und spielst, ist das das gleiche oder ähnliches Gefühl, wenn du jetzt mit dem Bussing startest und das Instrument drauf tust. Oder fühlt sich das an, als würde das Mundstück überhaupt nicht drauf passen. Gestern habe ich gleich schlechte Nachrichten gehabt. Und zwar gestern habe ich euch gesagt, wenn der Technik-Check nicht funktioniert, dann ist die einzige Chance, WBW 247 Brass Coaching, was es da eingeblendet seht. Heute gibt es gute Nachrichten. Und zwar, die gute Nachricht ist heute, sollte es bei dir so sein, dass du da denkst, ja, ist nicht weit weg. Also, wenn ich jetzt so stark, oder ist eigentlich ziemlich das Gleiche. Daumen hoch. Das schaut nämlich dann ziemlich gut aus. Der Teil. Also, kann natürlich andere Probleme geben, aber das schaut einmal gut aus. Die andere gute Nachricht ist, für alle, die sich denken, na, das ist ja voll komisch. Da muss ich irgendwelche ganz komischen Sachen machen. Und so spiele ich überhaupt nicht. Für euch habe ich auch eine super Nachricht. Und zwar, da das, was ihr da in der Mitte seht. Dieses Problem könnt ihr selbstständig regeln. Und zwar ist es das Kapitel Mundstück auf Passing, das das ganz ausführlich behandelt. Also, nur gute Nachrichten. Was mir interessieren würde, und die Connection habe ich noch nicht hergestellt, und ich bitte euch da wirklich, wenn man da jemandem eine Rückmeldung geben kann, für diejenigen, die jetzt das Gefühl haben, na, das passt überhaupt nicht gut drauf. Also, so spiele ich nicht. Wenn ich jetzt Passing und das Mundstück drauf tue, das fühlt sich nicht richtig an, so wie ich spiele. Bitte macht den Technik-Check von gestern, weil mich würde brennend interessieren, ob ihr diesen bestät. Besteht es. Wenn das so ist, dass ihr dann den Technik-Check von gestern nicht bestät, dann gibt es leider wieder nur die einzige Möglichkeit, und zwar das Coaching, weil dann könnt ihr euch allein wieder nicht helfen. Aber wenn das okay ist, das von gestern, und nur sich das komisch anfühlt, dann gibt es da echt Möglichkeiten, das ziemlich schnell zu reparieren.